so da waren wir ja fertig und da das eh keller ist hier brauche ich ja jetzt hier nicht mit holz anfangen oder sonst was keller ist ja immer kalt und i und war und fuß also können wir das so lassen gut dann müssen wir jetzt hier noch weg pelzen blub blub super erde weg und den stein drauf und dann haben wir das schon tach so war das jetzt nicht gewollt hallo das weg das rein du noch weg du nicht aber du und du ok koppel klack 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 gut das ist alles zu und kommen jetzt alle und so schön oder ist doch ein schöner keller schön eckig schön super super hat es jetzt auch für zu regnen es hat dafür zu regnen ist das draußen hell ist das dunkel das ist hey dann stirbt ja eh alles wasser draußen oben vielleicht und kreucht und flucht aber ich muss mal hier kurz aufräumen draußen mir geht dieser schleifen sowas von auf dem beutel wo den tag hier bin ich nicht noch kürze brenne du sauer ich würde nicht mehr ist er tot jetzt wo ich hier muss doch der euro rum hopse gucken wo ich hier runterkomme und dem vor den kopf kommen kann nervensäge wird haben unsere ruhe wieder so ist das schön so muss das sein dann können wir mal was essen super gut und dann wieder runter ins dunkel klatsch und tschüss und da sind wir dann würde ich mal sagen wir verteilen hier erstmal achso das geht ja so gar nicht hier so ein paar fackeln da und da du kommst weg da und da machen wir hier auch noch welche drum wie sieht das gut aus müsste er hier noch sein hier unten gut fußboden ja ach nee ja ich habe auch schon gedacht ich bin fertig aber nee der fußboden muss ja noch muss ja alles schön ein einheitsgrau sein ich möchte ja gerne mal wissen wem das eingefallen ist ich will jetzt keine namen nennen die gewisse person weiß wen ich meine was ich aus dem keller mache weiß ich noch nicht vielleicht mache ich hier irgendwie eigentlich passt das nicht mit lager irgendwie was für irgendwas mal gucken vielleicht fällt euch ja irgendwas ein vielleicht fällt dir jetzt speziell irgendwas ein hast du vielleicht eine idee was man so aus dem keller machen kann bürzimmer oder so darkroom keine ahnung ich weiß ja nicht so was du so im kopf hast so an ideen mir fällt jetzt im moment gar nichts ein vielleicht ein pool eine sauna keine ahnung gut äh und das gleiche wieder zu machen erst machst du es leer dann machst du es wieder voll hallo wozu drücke ich ja knöpfe mach doch mal mit jetzt hier so guck mal hippi alle schön und weiter geht's haben wir gleich fertig das elend hat gleich ein ende klack 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 das erste dungeon fertig gut ok wieder aus keller ist fertig auftrag erledigt feierabend feierabend habe ich noch habe ich nicht woanders hinsetzen kann ich es nicht weil hier ist ja schon ein ende verdammt du guck mal da drüben ist das fischer fischer hüßchen ich habe da draußen das ist eine spinne da ist ein skelett hauptsache sind keine creeper das andere ist alles scheiße mit denen kann man so einigermaßen umgehen aber creeper ja tschuldigung so ich setze da traurig in jürgen ich sehe da kein doch danke ich nur so dass das spinne hauptsache keine creepys ich habe immer so eine angst kuckuck was kuckuck hallo du komm doch feigling na wo ist der feigling na wo ist der feigling na komm du feigling du kleines aus so spinne tut mir leid ich weiß du tust nix aber ich kann nicht hier absolut nicht brauchen du nervst nämlich immer dieses brauche ich nicht da kann ich nicht mit um so hier noch irgendein ungebetener gast so wie es höre ich nicht das doofe sehr creeper hört man gar nicht nur okay der erste keller ist fertig dann müssen wir ja hier unter die kirche wieder im keller machen und unterirdisch verbinden dann müsste ich ja dein keller drunter machen das verbinden eigentlich jedes haus so wollte diese person diese gewisse personen das haben und ich denke mal das könnte man hier muss der keller drunter und da ist ja schon der keller drunter dass das passt ja hier haben wir ja diese höhle drunter das steht als keller so hatte ich mir das gedacht die müde so geil war bin ich gut ich könnte architekt werden das hätte auch mal was für mich architekt jetzt muss keller basteln ist hoch oder so eine sache wenn ich jetzt moment ich will muss das gucken der keller ist ja hier ist die treppe auf dieser höhe ist die treppe kommt hier noch hin also treppe höhe und 1 daneben dann haben wir genau die mitte machen wir schnell manne ich habe ja noch ein paar so zwei drei minütchen können wir ja schon mal anfangen wenn ich denn mal das loch treffe ach ist nicht so leicht so treppen höhe und 1 daneben genau hier eine ecke müsste dann der tunne hin spitze hacke und attacke moment zweier gang zweier höhe zweier breite wir müssten schon längst da sein lassen wir mal so machen wir mal feckig hier nennen so und dann müssen wir das alles auch wieder mit koppel auskleiden damit das natürlich schick ist damit sich keiner beschweren kann dass hier irgendwas anders aussieht als es aussehen soll der einzige sich beschweren könnte bin ich aber das ist egal was bloß nenne wie kann das sein wie kann hier auf dieser höhe lava sein bin ich schon so tief wer wir wissen das erzählen das ist doch nie ein lava level hier das wärs jetzt unter der kirche ist lava unter der kirche ist die hölle das würde ja passen so gut das gleiche auf der anderen seite ich bezacke geht eh gleich wieder krachen gut hätten wir das hoch und gleich wieder koppel reinzwirbeln supi das geht schnell jetzt das geht doch ratzefatz da kann sich ja nur keiner beschweren hier aus dem fußboden will ich noch genommen und dann ist aufnahme pause der rest kann ich ja das nächste mal machen und dann ist gut gut so doch das sieht gut aus gut dann sage ich mal wir machen mal hier unten schluss heute wenn du ideen hast was aus den kellern werden könnte so werden ja noch ein paar mehr wie gesagt die werden ja dann alle noch mit gängen verbunden und so vielleicht fällt mir selber noch was ein aber du kannst ja trotzdem in die kommentare schreiben was man daraus machen könnte was das für keller werden könnten und so ne joa gut dann sage ich mal wieder tschüss vielen dank fürs zuschauen bitte vergesst das bewerten nicht ne das ist super wichtig weil damit ich bescheid weiß das hilft nicht nur mir das hilft meinem kanal das hilft euch weil ich dann weiß was was euch gefällt was ihr sehen wollt und joa dann sag ich mal bis zum nächsten mal und dann bis dennne dann